Hier haben wir den Butterfly. Der ist für eure Fußmuskulatur. Ihr habt wieder verschiedene Einstellmöglichkeiten. Zum einen habt ihr hier auf beiden Seiten wieder rote Punkte. Diese sollen unterhalb der Schultern sein. Das bedeutet, ihr müsst gegebenenfalls die Lehne nochmal im Winkel verstellen. Und dann habt ihr hier nochmal Einstellmöglichkeiten für den Ausgangspunkt. Der wirklichen Arme hier oben. Die richtige Höhe ist eingestellt, wenn der Ellbogen hier in etwa am unteren Rand des Kreuzes anliegt. Also nicht hier so weit oben und auch nicht hier unten rüber schaut. Und natürlich wird es umso schwieriger, desto weiter den Ausgangspunkt hier nach hinten verstellt. Wenn ihr weiter vorkommt, könnt ihr das Ganze etwas leichter bewegen. Und dann fühlt ihr das Vollstück vor. Der Brust richtig zusammen. S ними ein bisschen nach unten. Es geht... Bis auf jeden Fall. Beyond. Die Abwechslung. Es geht umletzlased zusammen. Einmal erlücken. Und wir recontrockend sind gerade im momenten Körper.